so und herzlich willkommen mein name ist erneke und wir spielen jetzt weiter mit the council episode 2 hide and seek und wir haben in der letzten folge mit napoleon bonaparte gesprochen und wir müssen immer noch weiter adams tot untersuchen haben wir noch irgendwas was war was wir noch nicht rausgehen können wir nicht da sind münzen bernstein dahinter irgendwas wir sind ja irgendwie alle gut versteckt nicht immer my dear napoleon as previously agreed i would like to ask you to join us in january on my island to participate in the high society meeting organized for the occasion we shall be able to continue our discussion about our project for a new order for france okay was haben wir hier just one holster in bonapart's gear and the pistol is missing on the other hand this cleaning equipment is in mint condition that's typical of the soldier in it okay ein echter soldat der macht halt auch klar schiff okay dann haben wir haben wir hier noch was sammler münzen oder ansonsten haben wir hier nichts mehr das heißt wir gehen jetzt wieder raus und guck mal was war auf dem flur so finden ok was war das oder irgendwas jacques peru jacques peru ja nochmal rein sind immer gespannt oh da guckt immer so grimmig ne meine herren ich tue ich mal das zimmer sammler münzen was haben wir hier knacken das meine oh nice und briefe ich schreibe ihm um mich für die von ihnen gesendeten geldmittel zu bedanken sie sind äußerst wichtig für die renovierung des westflügels des weisenhauses den kindern diese die sie geschickt haben geht es prächtig und der kleine pierre wird schon bald gehen können einige von ihnen haben noch immer hin und wieder albträume über ihre eltern auf dem schaffert aber das wird sich mit der zeit legen sollten sie noch mehr kinder schicken wollen in kürze werden uns weitere 20 betten zur verfügung stehen die kinder und ich können ihnen gar nicht genug danken lang lebe die republik lang lebe frankreich schwester marie helene sehr gut ok ja finden wir ja ordentlich was haben wir hier wollte er das verbrennen oder was kann aber nicht sehen was haben wir hier noch noch was am tisch und brief ich weiß nicht ob wir uns wiedersehen zum gegenwärtigen zeitpunkt bin ich ein gefangener meiner eigenen entscheidung du musst beschützt werden meine zukunft ist ohne dich verloren du kannst dann noch gerettet werden ganz gleich wie verbittert du meinetwegen bist du sollst wissen dass ich mit dem teufel den ich bezwingen versuche ein pack geschlossen habe ich dachte die monster zu kennen aber was sie für frankreich getan habe ist nichts ist nichts verglichen mit dem wozu sie in der lage sind ich sehe keinen ausweg das mal der bestie schließt sich ich werde dich immer lieben ich weiß aber auch nicht wer das geschrieben hat ich kann wieder auch nicht auf dem balkon ich nehme jetzt mal hier so ein zack so ein punkte tränkchen und dann geht ob ob schale drauf da ist was Teurer Freund, bitte besuchen Sie uns. Wir müssen uns über die aktuellen Operationen in Paris unterhalten. Auf sie wartet in Calais ein Boot, das sie nach Dover in England bringen wird. Von dort bringt sie eine Kutsche zum Hafen von Tindagel, wo eine Fregatte sie sowie weitere Gäste erwartet, damit wir uns so schnell wie möglich auf meiner Insel treffen können. Ich erwarte Sie, Lord William Mortimer. Okay, aber... Ah, da. Guck mal. Okay. Gold Delixier. War hier sonst noch irgendwas? Guck mal hier. Stimmt. Schwächer kann Jack Perry. Okay. Ähm... Wir gucken natürlich noch weiter. Komm, Knappung war. Chili Royale. The Massacre of the Innocence by Rubens. A bit gloomy. Hm. Guess my room is not that bad. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir versuchen natürlich mit jedem zu sprechen hier. Hm, lecker. Lecker, lecker. Können wir nicht runter. Können wir hier noch irgendwas sammeln? Nein. Oh, da war noch was. Nehmen wir. So, und da noch irgendwas. Ich glaube nicht. Wo geht's denn da hin? War ich hier schon mal? Oh, Treppe hoch. Okay. Hm. Hm. Okay, doch. Hier war ich schon natürlich. Aber gucken schadet ja nicht, ne? Wäre doch, na klar war ich hier. Da ist noch, äh, Morty. Okay, wir gehen, wir gehen erstmal weiter. Wir gehen erstmal weiter gucken, natürlich. So, mal gucken, wo wir überhaupt schon überall waren. Ich könnte natürlich auch rein, die wir praktisch schon mal runtergehen. Gucken, was da noch so geht. Falls das hier geht. Ich denke schon. Ne, hier nicht. So, das war Jack Pyrue. Na, Poole waren wir auch schon drin. Hm. Also, ich kann definitiv nicht runtergehen. Das war... Ey, wir wollen auch nochmal reingehen. Ich bin nur in den Hillsborough. Und dann gehen wir mal zu Emily rein. Interessant. Ich schreibe immer so komische Briefe, ne? Also, die sind bestimmt so voll die Mega-Inzucht und so. Gegenscheid nicht eingesammelt, Inventar, Gold-Elixier voll. Hm, hm, hm. Okay, das geht nicht. Oh. So, wir gucken erstmal weiter, ganz kurz. Und dann würde ich sagen, dass wir dann gleich mal mit ihr sprechen werden. Madame, danke, dass Sie der Königin Trost spenden. Der Zustand des Königs verschümmert sich, aber ich wette, dass er sich von seinem Anfall erholt. Wenn Sie das nächste Mal mit Ihrer Majestäter Königin sprechen, würde ich Sie dann freundlicherweise bitten, sich um meine Petition an den König bezüglich der Steuererhöhung zu kümmern. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sie unserer Nation von dieser Pat-Situation erholt. Aber der psychische Zustand König Georgs behindert unsere Beschlussfassung. Vielen Dank im Voraus für all Ihre Hilfe. William Pitt, Premier Minister des Vereinten Königreichs Großbritannien. Okay, schauen wir mal. Erdsternchen. Sehr gut. Immerhin das haben wir. Herr Zürich, Sie können König Georg davon kennen setzen, dass ihm die Unterstützung des Heiligen Vaters gewiss ist. Wir werden Sie bei der Rekrutierung von Regimentern aus emigrierten Royalisten, die gegen Frankreich kämpfen sollen, finanziell unterstützen. Ihr Freund. Und seine Eminenz, Giuseppe Piagci. Okay. Habe ich einen Schlüssel? Mist. Oh, die echt. Aber die knacken. Ah, nachher kriegen wir irgendwas Wichtiges. Ich habe alles eingesammelt. Sehr gut. Das hasste, mein Freund. Da haben wir schon gelesen. Ein paar Münzen. Okay, würde ich sagen, reden wir mit ihr. Was kann ich machen für Sie, Louis? Ich habe es gesehen, dass Sie die Tragedie letzte letzte Mal gesehen haben. Hast du etwas gehört, was mit Elisabeth passiert? Ja, wir alle haben. Ruhig spreaden schnell, Sie wissen. Wie krank. Ich wusste nicht sie gut, aber ich hoffe, dass das Schmerz nicht zu viel hat. Die Schmerz kam schnell, Sie können sich sicher sein. If such a senseless act can happen here, then none of us is truly safe anywhere. Lord Mortimer must be mortified that one of his guests could have committed such an act, don't you think? He is indeed very upset about it. It's only natural after such a violent murder. Violent? What do you mean? Elizabeth was stabbed nine times. Oh my god, Louis. How awful. The murderer must have had a serious grudge against her to set upon her like that. It must have been a crime of passion. Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case, Emily. Really? Are you Lord Mortimer's snoop now? I'm doing it for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for you. Quite right, too. Have you found out anything? Did you and Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I... I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. Okay. Oh, man. Tell me, Emily. What's the nature of your relationship with Washington? Oh, come off it, Louis. You're not going to go into a jealous rage, are you? No. I can assure you of that. That has nothing to do with it. It doesn't really matter. Look, Louis. The President and myself are working on a number of commercial contracts. Nothing overly exciting. You're lying, Emily. These agreements come into being. They'll break Franco-American alliances for the greatest benefit of England. In order to know. We've found the murder weapon. What is it? A dagger. Quite slim. Have you found its owner? Not yet. Still searching as it happens. That said, since a blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what that means? There are only three of us on the island. Bearing in mind that neither my sister nor myself had any reason to set upon the young lady. That means... I know, Emily. I know. Keep up your courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic about shedding any light on the subject. Hmm. Hmm. Okay. I won't keep you, Emily. Thank you for answering my questions. See you, Louis. Okay. Dann, äh... Gucken wir uns hier nochmal gerade ein bisschen um. Und dann... Oder wir gehen gleich wieder raus. So. Okay. Das haben wir schon alles. Ja, würde ich sagen, gehe ich dann einmal hoch und rede mit Lord Mortimer. Und ich hoffe, ich habe nichts. Okay. Äh... Ich hoffe, ich habe nichts, äh... Übersehen. Falls wir bald schon mit ihm reden können. Lord Morty. Oh, nicht. Mordi. Und ich...